. Salut. Dein Tisch ist jetzt frei. Super, vamos. Ich nehm die Getränke. Nein, lassen Sie. Ich bin Ihnen zu klein, nicht wahr? Was reden Sie? Nein. Aber nein, ganz im Gegenteil. Hätten Sie Lust auf ein verrücktes Abenteil? Oh mein Gott! Ich bin aus einem Flugzeug gesprungen, sehen Sie? Ich hab Gänsehaut. Ich glaub's Ihnen. Was machst du heute? Ach, wir gehen schon vernarnt. Wir gehen schon vernarnt, wer ist denn wir? Nur ich und eine Freundin. Alexandre? Hier bin ich. Das war ein sehr schöner Abend. Ich auch. Du bist so anders. Hast du jemanden kennengelernt? Nein. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Du bist verliebt, das ist mit dir. Liebst du ihn oder nicht? Wie alle kleinen Mädchen hab ich vom großen, starken Prinzen geträumt, der mich auf Händen in sein Schloss trägt. Wo? Darf ich weitermachen? Weitermachen? Womit? Von unserer Geschichte zu träumen. Okay, Schneewittchen. Was hast du gesagt? Ich sagte okay, Schneewittchen. Ich verbiete dir, mich so zu nennen! Zwischen euch ist es aus. Sie ist jetzt mit mir zusammen. Also Finger weg. Willst du mir drohen? Diana hat sich entschieden. Du bist raus. Ich mach dich fertig, du Idiot. Trau dich, Zwerg. Ich will Blut ziehen. Komm! Komm! Ja! Nein! Du bist ein ganz besonderer Mann, Alexander. Die Welt wird durch dich größer. Eine Grimasse? Ja, eine Grimasse. In Ordnung. Ich kenne einen aus der Schönheitschirurgie. Okay. Was ist natürlich? Ich hab nichts machen lassen.